Die Software umfasst ein Videorekrutierungssystem, mit dem Sie sowohl Zeitversetzt- als auch in Echtzeitvideos erstellen können. Innerhalb des Interviewschrittes ist es möglich, ein automatisiertes Videointerview zu planen. Es ist möglich, eine vorausgefüllte Vorlage auszuwählen oder die Fragen freizustellen und dann die Videointerviewanfrage mit einem einzigen Klick zu versenden. Sobald der Kandidat auf das Vorstellungsgespräch antwortet, wird es automatisch in seinem Profil gespeichert und bleibt vor zukünftige Bedürfnisse immer archiviert. Ausgehend vom Kandidatenprofil können Sie den Kandidaten auch bitten, sich in einem Video vorzustellen. Es gibt dann auch die Möglichkeit, dank des Live-Chat in Echtzeit mit dem Kandidaten zu kommunizieren. In diesem Fall können Sie sowohl direkt mit Kandidaten sprechen, als auch Interviews in Echtzeit organisieren. Auch in diesem Fall finden Sie die ganze Historie des Gesprächs und des Videointerviews immer im Profil des Kandidaten gespeichert.